Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Lasst gerne eine Bewertung bei iTunes da oder ein Follower bei Spotify oder natürlich auch einen Kommentar bei YouTube mit eurer Meinung, denn heute gibt es auch eine Meinung von mir und zwar spreche ich ein wenig über Nate Diaz. Der will zurück in das Welterweight und jetzt frage ich mich, Comeback von Nate Diaz, wird das ein Top oder wird das ein Flop? Ist das ein Top oder Flop, besser gesagt? Und prinzipiell muss ich sagen, ich persönlich freue mich drauf, Nate Diaz wieder aktiv im Octagon zu sehen. Und ich fand, 2019 war ein super Jahr. 2019 hat Nate zweimal gekämpft. Einmal gegen Anthony Pettis, das war ein richtig, richtig, richtig guter Kampf von Nate Diaz. Das war das Core-Main-Event von Stipe gegen Cormier 2 im August 2019 und dann im November dieser legendäre BMF-Titelkampf zwischen Nate und Mars Vidal. Das waren zwei supergeile Kämpfe. 2020 ist es dann aber leider wieder ruhiger um ihn geworden. Jetzt hat sich Nate wieder zu Wort gemeldet, gerade jetzt zu dieser spannenden Konstellation im Lightweight. Wir haben ja eine wirklich spannende Konstellation. Ich habe da auch oft drüber gesprochen, also ich will das Ganze nicht nochmal hervorholen, aber Nate hat sich zu Wort gemeldet, will jetzt einen Kampf gegen Dustin Poirier. Womit er sich das verdient hat? Ja, ganz einfach, Nate hätte eigentlich zuerst Ende 2018 gegen Poirier kämpfen sollen. Dann ist Dustin Poirier ausgefallen, weil er verletzt war. Und jetzt sagt Nate Diaz drei Jahre später, hey, weißt du noch, damals, komm, wir kämpfen jetzt gegeneinander. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin von dieser Idee kein Fan, Poirier schon. Poirier selbst sagt, hey, ich bin an einem Kampf gegen Nate interessiert, ich bin an einem Kampf gegen Conor McGregor interessiert. Ich persönlich rechne damit, dass Conor versus Poirier drei stattfinden wird, vermutlich im Frühling, im Mai circa herum. Und Nate dann aber zurück in das Welterweight geht. Und Nate sagt, hey, das ergibt ja sowieso keinen Sinn. Nate will gegen Poirier kämpfen, aber im Welterweight kämpfen, ja. Nate hat gesagt, hey, ihm ist die Gewichtsklasse egal, beziehungsweise Poirier sollte die Gewichtsklasse egal sein. Das ist zumindest die jugendfreie Aussprache von Nates Aussagen. Und nun stellt sich für mich die Frage, wer denn da so im Welterweight gegen Nate kämpfen könnte. Denn wir müssen verstehen, Nate Diaz ist nicht mehr in den UFC-Rankings. Nate Diaz ist nämlich aus dem Welterweight rausgeflogen, als Hamzat Shimaev reingekommen ist. Nate war damals einer von zwei Kämpfern, die raus sind, weil Belal Muhammad in die Rankings kam und Hamzat Shimaev noch in die Rankings kam. Ich hätte persönlich gedacht, man lässt zum Beispiel einen Robbie Lawler rausfliegen und behält Nate, weil Nate immer noch ein großer Draw ist. Aber nein, die UFC hat Nate aus den Rankings rausgenommen. Hm, prinzipiell schaue ich mir gerade die Top 15 an. Vielleicht Nate Diaz gegen Robbie Lawler wäre eigentlich ein spannender Fight. Vielleicht gegen Neil Magny, wobei Neil Magny eben erst seinen Kampf hatte. Tyrone Woodley kämpft wahrscheinlich bald. Und zwar gegen Vicente Luque. Das heißt, Woodley gegen Nate Diaz wird nichts. Auch wenn Woodley vs. Diaz ein spannender, spannender Fight wäre und wir dürfen nicht vergessen, ich erinnere mich, vor ein paar Jahren hätten wir diesen Kampf schon mal sehen sollen. Damals, als Tyrone Woodley der Champion war und Nate Diaz auch seine zweijährige Pause ungefähr hatte, damals sagte man sich, hey Nate, du bekommst einen Kampf gegen Tyrone Woodley. Und Nate hat gesagt, ich nehme den nur an, wenn ich 10 Millionen bekomme. Klar, 10 Millionen hat er dann nicht bekommen, deshalb haben wir den Kampf auch nicht gesehen. Aber das wäre ein ziemlich interessanter Fight. Naja, Woodley ist halt ein ganz eigenes Thema. Steven Thompson will nur noch Top 5 Gegner, hat er gesagt. Letztens erst im Interview, ich meine bei Helwani war das. Er hat gesagt, er ist jetzt raus aus dieser Phase, wo er gegen Newcomer kämpft. Er will jetzt gegen die Besten kämpfen. Und ja, Leon Edwards ist verplant. Gilbert Burns kämpft gegen Kamaru Usman beim nächsten Pay-Per-View. Masvidal, ja, okay, das wäre auch ein geiler Fight. Masvidal gegen Diaz 2. Die Frage ist natürlich, welche Ambition hat Diaz? Hat Diaz eine Ambition, nochmal einen Money Fight abzuliefern? Oder hat Nate Diaz die Ambition, nochmal der Champion zu werden? Ich denke, Masvidal gegen Diaz wäre ein besserer Kampf als Masvidal gegen Covington. Einfach weil wir bei Masvidal gegen Diaz nun mal einen Stand-Up-Fight erwarten dürfen. Und Masvidal gegen Covington, ich denke, fast genauso aussieht wie Masvidal gegen Usman. Ich würde mich freuen, wenn Nate Diaz zurückkommt. Ich würde mich freuen, wenn er wieder aktiv kämpft, so wie 2019. Zwei Kämpfe im Jahr, war super nice. 2020 hat er leider gar nicht gekämpft, auch wenn ich es verstehen kann, dass Kämpfer dort eine Pause gemacht haben in diesem Jahr. Ja, warten wir mal ab. Ich denke, Nate Diaz, sein Comeback wird top. Ich denke, der hat Bock. Ich persönlich habe aber keinen Bock auf Nate Diaz gegen Pori. Bin ich ehrlich, lieber einen anderen Fighter im Welterweight. Darauf freue ich mich. Was ist mit euch? Haut mir eure Meinung unten rein. Lasst einen Daumen nach oben da. Bewertungen und Co. nicht vergessen. Und damit bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020